Ich habe mich schon früher für Autos interessiert. Ich habe dann Fernsehsendungen mit dem Vater geschaut. Ich habe die Heftchen Autos gesehen. Die haben mich recht begeistert. Irgendwann in der Schule ging ich in die Schnupper-Lehr. Als Auto möchte ich schnuppern. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann musste ich sagen, ich will das und nichts mehr anderes. Es war eigentlich schon klar. Was ist speziell in unserer Garage? Ganz klar, wir sind der Hauptsitz der Emil Frey Gruppe. Mit unserer IT mit der Emil Frey IT-Solution, Emil Frey Digital, kommt so natürlich in Kontakt mit ganz vielen Menschen. Unter anderem auch speziell ist, dass die Familie Frey ebenfalls ihre Büros hier auf Platz hat. Und das fördert nämlich den Zusammenhalt noch etwas zu der Gruppe. Wieso soll ein Lernender genau bei uns die Lehre machen? Ich würde vor allem sagen, weil wir einen sehr guten Mix von jungen und erfahrenen Leuten haben. Wir haben einen sehr, sehr guten Umgang miteinander. Wir haben top ausgebildete Leute. Und da kann ein Lernender oder Lernende mit sehr viel Spass und Freude wirklich am Job sehr viel lernen. Schon unser Gründervater hat gesagt, dass Mitarbeiter das grösste Gut sind vom Unternehmen. Und speziell die Lernenden sind natürlich unsere Zukunft. Und wir legen extrem viel Wert auf das. Mich macht es stolz, wenn ich ein Auto bekomme, das recht schlecht zum Weg ist, das viele Probleme hat. Dass man dort diagnostizieren kann, schauen, was kaputt ist, schlussendlich reparieren. Und wenn nach der Reparatur alles wieder gut ist, das Auto wieder auf die Strasse zurückkommt und glücklich ist, dann ist mein Ziel erreicht. Und das macht mich auch stolz.